Und wir haben wenig Zeit Die Studiozeit hat sich meiner Meinung nach relativ smooth angefühlt Wenig Schmerzen Oder ist es einfach, weil der Mensch Schmerzen schnell vergisst? Ich fand es auch sehr harmonisch diesmal Weil aber auch schon viel vorher im Proberaum diskutiert worden ist, hatte ich das Gefühl Es war eigentlich relativ klar, was im Studio passiert Also Schlägerei im Proberaum und im Studio haben wir unser Gesicht gewahrt, finde ich cool Und es ist ein geiles Album mal rumgekommen, 13 Lieder mit all unseren Tugenden Wir haben Songs, die auf die Schnauze sind Wir haben melodiöse Sachen, die ein bisschen am Herzen rumfummeln von Patienten Und alles dazwischen Broilers 2017 Die Broilers 1997 würden sagen Geht sich aus Und alles liegt vor uns Und alles liegt vor uns Das, was wir noch brauchen, ist etwas, woran wir glauben Und alles liegt vor uns Und alles liegt vor uns Das, was wir noch brauchen, ist etwas, woran wir glauben Das, was wir noch brauchen, wir noch brauchen Und auch wir niere